Seid mir gegrüßt, werte Follower und werte andere YouTuber. Warum sitzen wir vor dem schwarzen Bildschirm? Ah, er ist nicht schwarz. Geht doch. Im Ladebildschirm von StarCraft gibt es manchmal Hänger. Wir spielen wieder gegen... was weiß ich, wieder, schon wieder mit Captain Picard, ist ein Zufall. Ein 2-on-2 gegen zwei Protossam. Und... Diesmal mache ich meine Drohung wahr und setze halt direkt Cannon Rush an. Cannon Rush, Cannon Rush, Cannon Rush wie nur Cannon Rush kann. Ihr seht, warum ich nicht singe traditionell, ne? So. Das wird dann ein schnelles Game, wenn er vorgatet. Wenn er vorgatet und ich Cannon Rush, dann ist die Sache recht klar. So, Doppel Protoss. Ich glaube, ich kann Rush hier. Das scheint mir eine gute Location zu sein. So. Warten wir noch kurz mit der Forge, bis er weg ist. So. Ich verstecke hier schön die Probe. Ich bin ein bisschen spät losgefahren. Richtbar. Er scoutet für mich. Sehr schön. Ich bin, wie gesagt, etwas sehr spät los. Hm. Oh, lock ihn doch nicht zu meinen Pylons. Ich freue mich aus. Na. So. Geh in den Rush. Geh in den Rush. Die Bälle sind poink poink. Poink poink. Ich hab doch abbrechen geklickt Macht nix Plan B, ich bin hier expandiert Ich hab das Mining ein bisschen delayed Oh mein, Kohleboost, hoppala, da war ja was Schnell durch Kohleboosten So schnell wie möglich durch Kohleboosten So, weißt du was, ein Waffenaguit machen wir auch Das nehm ich mir jetzt mal raus So, ups So und das hier Mehr Arbeiter So, sauber So, Dark-Schwein So, äh, noch ein paar Gates Ich hab jetzt schon fast mehr Pile in dieser Gegend Da war schon näher als bei mir Da war schon So, da war ja 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 Komm schon Komm, halt noch ein bisschen durch A little bit more ok jetzt klappen 1 2 3 ich verteile mal dir ein bisschen so oh oh woher bin sind auf cooldown ja 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 Schakul, ich weiß. Ich, ich soll nicht. Ich muss für dich. Dunkelheit, richte rein. Schakul, ich weiß. Ich bin schon auf dem Weg, ich bin schon auf dem Weg. So. Apropos Pilots hier durch die Gegend Ups, der hat auch ein Opsi draußen Ok, wisst ihr was machen? Blink Transition Gateway-Units hier pur Und tschüss, Mothershipor So, und so So, wie sieht's hier aus? Was das ultra absackt, glaube ich, nicht sofort Ich werde jetzt hin und her gehetzt Lassen wir ein bisschen was hier Ja, denke ich auch Ihr bleibt hinten Ihr geht für den Angriff Halt ist die Lehre Ihr seid auf mich angewiesen Was, Blink Stalker? Ach und, ach und sind massiv, ne? Die können durch Forcefeeds durch, ja Nur so, falls jetzt mir, falls die die Rampe hier forcefiden Verwendet mich Ich bin die Stimme Borka? Das hier, da ist ein Mortal drin Sehr gut, eine Mortal Ist gestorben Boah Boah Diabolisch Und ich hab hier sogar Oh nein, Quatsch Das sieht nur aus Ich dachte, ich hatte noch überhaupt in den Heilen Gateway-Units Cannon Rush Into DTs Into Ne, ihr habt's gesehen Bis zum nächsten Mal